Und nie geht uns geliebte Storywings aus dem Sinn und so nette kreative Menschen und Wesen bleiben ewig in unserem Herzen drin. Und warum? Weil so nette Wesen tun flechten und weben himmlische Rose ins jeldisches Leben. Just sing about you. Right? Girl, girl. Say, girl, you know it's true. Say, girl, you know it's true. Just sing about you. Girl, girl. Say, girl, you know it's true. Hier vorne, Sie dürfen vorne sitzen. Ich heiße Nikla von dem Mund, Emil, ich heiße Unikum an der Fantaschur, um das Leben zu schreiben. Ich heiße Nikla von dem Mund, Emil, ich heiße Nikla von dem Mund, Emil, ich heiße Nikla von dem Mund. Mein Lieber Freund, mein Name ist Adonis und ihr seid Aphrodite, ja? Genau. Okay. Willi, lass mal hier rein. Das ist so eine Banschung. Das ist so eine Banschung. Das ist so eine Banschung. Immer wieder können wir uns genau eine Basis sehen. Das ist so eine Banschung. Aber laut ... Das war's für heute. 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 Das war das Making-of zu unserem Fotoshooting mit Alexander Miele. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir während dem Shooting. Die Fotos, die wir zukünftig in unserer eigenen Kampagne verwenden werden, findet ihr in und um Ravensburg und auf unserer Facebook-Säte. Der Link wird jetzt oben eingeblendet. Einfach gefällt mir drücken und auf dem Laufenden bleiben. Wir freuen uns.